So, da sind wir wieder noch einmal bei Days Gone. Wir haben in der letzten Folge ja das wahre Ende freigeschaltet, aber wir haben natürlich immer noch jede Menge über. Ich habe mal nachgesehen übrigens, wo diese Teile rumliegen. Und sie liegen tatsächlich nicht in den Bunker. Sie liegen in diesen Nero-Stationen. Hier, in diesen Nero-Kontrollpunkten. Also, da soll man tatsächlich diese Teile finden. Es gibt 18 Stück. 18, nicht 6, wohlgemerkt. Wenn wir hier reingucken, ich dachte, wir brauchen 6. Aber für dieses Teil brauchen wir tatsächlich 18. Aber wir haben anscheinend 6. Also müssen wir noch... Ah, da müssen wir noch... Ah, verstehe. 18 Stück und wir haben 6. Das heißt, es ist... Das heißt, wir müssen noch ein paar finden. Aber dann machen wir jetzt erstmal Hinterhalt-Camps, würde ich sagen. Zum Beispiel dieses hier. Plündercamp-Jäger. Job auswählen. So, und ich gucke mal, wie wir da am schnellsten hinkommen können. Weil eine Schnellreise können wir da, glaube ich, nicht machen. Was wäre denn? Hier ist auch noch eine Horde. Können wir da eine Schnellreise hinmachen? Natürlich nicht. Das wäre das nächste. Ein Nero-Camp. Ja, warum nicht? Reisen wir mal dahin und gucken, ob wir vielleicht dann nochmal so einen Teil finden. Die findet man dann wohl immer bei Leichen irgendwo. Das könnte natürlich überall sein. Okay. Da ist das Nero-Camp. Was ist hinter mir? Also möglicherweise... Haben wir es hier noch nicht gefunden. Na, nicht so ganz, ne? Jetzt drei braucht er. Oh, nö. Haben wir das getroffen? Oh, hier. Das brauche ich auch. Immer noch auf der Suche nach sowas. Pappbecher. So, wo ist denn jetzt das Nero-Camp? Toiletten. Ist sogar noch mit Licht an hier. Das war die Uni? Ich glaube, das... Ja, das Camp war da hinten, ne? Hier muss das irgendwo gewesen sein. Kann natürlich sein, dass wir das hier auch schon gefunden haben. Wenn wir schon sechs Stück da... Wenn wir schon sechs Stück davon haben... Boah, ist das creepy. Was ist das? Gift. Okay. Ah, Sprit. Okay. Also normalerweise müsste der hier irgendwo rumliegen, Ben. Halt so eine Leiche, ne? Bände. Okay. Eine Leiche von so einem... Hier, da. So eine. Aber die haben wir anscheinend schon durchsucht. Weil ich denke mal, so einer ist das dann. Müsste eigentlich immer in der Nähe irgendwo rumliegen. Ach, das muss da einfach mal sein. Obwohl, da liegt auch noch einer. Ah, da können wir nichts machen. Ja gut. Okay. Fangen wir mal weiter zu unserem Auftrag. Und ich wurde... Ich wurde aufgeklärt, dass das keine Tommy Gun ist. Sondern irgendein russisches Modell. Ich werde es aber trotzdem weiter Tommy Gun nennen. Einfach, weil es so schön ist. So bin ich halt. Ich finde es ja immer wieder schön, wie hier tatsächlich die Welt gestaltet ist. Ich finde, so mit der Zeit sieht man das gar nicht mehr. Man rennt hier einfach durch und... Weiß nicht. Man sieht es halt nicht mehr. Aber eigentlich steckt hier viel Liebe. In dieser ganzen Welt. Eine Horde soll es ja auch noch geben, ne? Hier. Vielleicht können wir die auf dem Weg gleich mitmachen. Da ist auch noch die Uni. Oh, warte mal. Sehr schön. Sehr schön. Ah, da. Da. Da will man es einmal ohne Zeitlupe machen und dann sowas. Okay, da müssen wir lang. Ist das die richtige Richtung? Ich glaube schon. Ich dachte, hier geht es lang. Aber da ist zu. So, eigentlich wollte ich heute was anderes aufnehmen. Aber es macht mir tatsächlich so viel Spaß, momentan wieder, dass ich gedacht habe, ja, schön, na gut. Ah, ich kann auch mit der Pistole. Mit dem Sheriff. Okay, darunter ist da auch die Horde. Darunter und dann irgendwo auf der linken Seite. Vielleicht sehen wir sie ja. Hier durch diesen schmalen... Weg. Da könnte auch noch was sein. Ich weiß es nicht, ey. Keine Ahnung. Ja, hier links runter. So, wir mal gucken, wo die ist. Oh doch, ich bin doch neugierig. Ich bin ja doch neugierig. Horde, Horde, wo seid ihr? Ja, sie könnte natürlich... Rum, Reich, Horde. Friendship, Pride, Horde. Noch ein Camp. Sie könnte überall an diesen Orten sein. Oder halt da unten. Da ist sie doch. Ja, es sind nur ein paar. Oh, was ist denn da? Warte mal, was war das denn? Ein Airbag. Da sind auf jeden Fall Schüsse hier im Nebel. Oh, da gibt es viel im Haus. Mach ich hier schon mal? Kerosin. Pappbecher. Sind wir da? Hundespielzeug. Ja, nice. Geh nochmal oben gucken. Ich will mal hier raus. Ich seh gar nichts hier. Sven hier. Na, wieder nur ein Lappen. Und noch ein Lappen. Oh. Ja. Da schläft noch einer. Magneten. Wichtig für Attraktoren. Leider nur einer. So, Modis herstellen. Das war's schon wieder. Da sind wir voll. Granaten. Oh ja, es ist... Sieht doch ganz gut aus eigentlich. Ich bin bereit für die nächste Horde. Nochmal gucken. Also direkt links in dem Haus. Direkt da in dieser Scheune. Zumindest einer rennt da rum. Okay. Ich muss nachleiten. Also die Knarre ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Doch. Junge. Ich dachte, wir könnten ein bisschen Munition damit sparen. Also. Oh. Oder ich mach was. War nur einer, oder? Okay. Normalerweise sitzen die scheinbar in dieser Scheune rum. Sind aber nicht hier. Oh scheiße. Hier war ja was los. Die armen Schweine hatten hoffentlich was Wertvolles dabei. Der mich nicht gesehen hat. Okay. Die haben ein paar erledigt hier. Wie es scheint. Denket voll. Waffen. Kikiriki. Ah, wie geil, dass hier sogar der Hahn kräht, ey. Hier können wir dieser Spur folgen. Normalerweise findet man sie dann. Na gut, wenn sie am Highway sind. Eher nicht wahrscheinlich. Oha. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Ach, die wurden wahrscheinlich von der Horde überrascht. Oder wurden die abgeballert? Okay, warte. Sie können in die Richtung sein. Heute nicht, mein Freund. Heute nimmst du mich nicht aus, sondern ich nehme dich aus. Eines der Camps wird's brauchen. Oha. Ist ja schon ein Plünderer-Camp. Nichts zu weit weg. So viele Bäume. Aber wo ist die Horde? Das ist tatsächlich ein Plünderer-Camp. Fuck off and die. Alles klar. Na, dann wollen wir mal sehen, ne? Oh. Oder nicht? Hinten sind ja... ...richtig viele. Oha. Okay. Zwei haben wir schon mal. Geben durch den Sumpf. Ist da auch einer? Scheiße. Da haben wir in Erwicht. Sie haben die vielen Driftern aufgelamert. Ich bin im Scheiß-Ding, Mr. Kempelman. Ich bin im Scheiß-Ding. Ich bin im Scheiß-Ding, willst du kämpfen. Angst. Es geht um im Scheiß-Ding. Es geht um im Scheiß-Ding. Ah! Von wegen. Arschlecken. Ich bin der Horden-Killer. Warum habe ich denn nur so wenig Munne dabei? Wo sind sie denn alle? Wo seid ihr alle der Leichenhalle? Noch nicht ganz, aber fast. Okay. Oh. Ach, Munition. Das lässt es mir noch nicht zweimal sagen. Ohrböhmchen. Alles klar. Ach, haben wir schon voll. Äh, nein, nein. Alles gut, nein, bleib bei der. Hier, Molly. Genau. Müssen ja noch mehr hier sein. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Gleich, halt still. Okay. Einer noch. Einer noch. Aber wo? Da. Das war's. Das war's. Wie gefällt euch das, hm? Überfallen zu werden macht Spaß, hm? Ihr Drecksmörder. Noch was Schönes? Hier hinter. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker. Oh, Bunker. Klar, die gibt's ja auch noch irgendwo. Oh, da gibt's vielleicht ein Rezept oder so. Wo könnte der Bunker sein? Hier. Ah, nee. Wo könnte der Bunker sein? Der Bunker, der Bunker. Da hinten leuchtet immer was rot. Die sind noch nicht ganz durch, oder? Der sucht den Bunker. Bisschen noch rot. Hier ist doch noch einer. Es muss hier irgendwo sein. Oh. Tut mir leid, Jungs. Ich möchte echt mal wissen, wie viel ich hier abgemurkst habe. Ich muss mich mal heilen. Vielleicht kriegt er aber wieder Medikits. Okay. Wo könnte der Bunker sein? Ah. Das sieht doch gut aus. Ach, hier bei dem Fetten. Na, bitte. Also, Fett-Gedingsten. Gepanzerten. Uh. Mal gucken, was es hier gibt. Normalerweise finden wir ja mal einen Bauplan im Bunker. Aber ich denke nicht, dass es jetzt noch irgendwas Interessantes sein wird. Dafür sind wir halt einfach zu weit im Spiel. Was haben wir denn hier? Eine Kante. Bear, Bear Ray, Hinterhaltcamp. Okay. Diamond Lake. Schön. 50%. Annäherungsbombe. Annäherungsbombe. Oh. Oh. Das ist ja nice. Das ist ja clever. Warte mal. Annäherungsbombe. Wo haben wir die denn? Hier? Fernlenkbombe. Annäherungsbombe. Nice. Und der Waffenschrank. Ich glaube, ich wollte einfach mal gucken. Drifter, Armbrust, Handfeuerwaffen. Da haben wir die. Schaden. Die macht mehr Schaden? Schaden, Präzision, Feuerrate. Feuerrate. Oh, die macht mehr Schaden. Dann nehme ich den Bürgermeister. Das ist vielleicht besser. Primärwaffe. Okay. Militärstandard. Hier hat sich doch auch irgendwas Neues gekriegt. Den Cowboy habe ich. Präzision, Schaden. Weniger präzise Feuerrate. Was ist das? Automatik. Oh, Schrotflinte. Mehr Schaden, weniger Präzision. Hm. Ich behalte meinen Cowboy. So. Das sind noch Totenköpfe. Ich glaube, das heißt einfach Hinterhaltcamp. Versuchen wir jetzt nochmal. Schön am Tag. Vielleicht sind das Fallen oder so. Totenkopf. Versuchen wir jetzt nochmal die Horde zu finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Uah. Dann können wir direkt mal diese Annäherungsbomben testen. Ach, Sumpf, ey. Haha. So. Da, da oder da. Oder da. Ich muss ja eh zum, zum Bike zurück. Wahrscheinlich sind die tagsüber in der Scheune. Also gehe ich jetzt einfach mal zur Scheune. Ich brauche bestimmt auch Benzin. Da ist ein Kasten im Himmel. Da oben. Seht ihr ihn? Ist er weg? Da. Mittig oben. Ach nee, das war gar kein Benzin. Da sind sie. Okay, versuchen wir es mal mit der Annäherungs... Äh. Annäherungsbombe. Ach so, ich kann ihn nur irgendwo platzieren. Na gut, dann. Attraktör. Ja. 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 Da sind sie, da. Oh, ich renne, muss mich abrollen, das ist ja mein Balken. Oh, ich renne, muss mich abrollen. 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 so alles klar dann müssen wir nach da könnten sie auch überall sein finde die horde sie könnte überall sein in der tanke in welche richtung müssen wir denn eher rechts rechts oben links ich dachte ja da links könnte sie sein können auf jeden fall mal tanken hier da da andere seite hallo hier tanken da ok mache das ripper camp aus wenn ich will das müssen wir immer noch machen oh ja hallo das sieht doch nach horden fressplatz aus hier ja da ist auch noch ein nero camp aber hier könnten sie auch lower jaw prior horde juniper horde sie könnten aber auch da sein ne komm ich so leicht nicht runter ach komm dann machen wir erst das camp hier könnten sie auch sicher umtreiben ich hoffe kein scharf schütze ich bleib mal hier stehen das sind tatsächlich ripper oh oh ich bin hier und ja ja ich kann man nicht sehr vorsichtig Nö, Selbstmordschütten, ey. Aua. Okay, äh, wie war das? Sehr vorsichtig, Mann. Sehr vorsichtig, Mann. Kennt ihr mich noch, ihr Wichser? Wollt ihr nach Süden ganz neu anfangen? Nein, das wird nicht passieren. Wo ist euer Anführer? Wo ist Carlos, ha? Boah, stimmt ja, er ist tot. Hab ihn umgebracht, hört ihr? Das war ich. Boah, aber Carlos, der ruht nicht in Frieden. Er ist jetzt Futter für die verdammten Freaks. Boah, aber Carlos, der ruht nicht in Frieden. Er ist jetzt Futter für die verdammten... Wie er sich einfach immer wieder wiederholt hier. Okay, Futter für die Freaks. Sehr schön. So, was habt ihr denn schönes hier? Weaver, es ist erledigt. Sie müssen sich keine Sorgen mehr über Ripper in dieser Gegend machen. Die, Mann. Ich hab den Bericht von diesem Thompson gelesen. Er verfolgte sie. Er schreibt, sie nannten sich Rest in Peace. Vergötterten die Freaks. Wollten wie sie werden. Sie waren total auf Drogen. Woher wusstest du von denen? Oh Gott, äh, sagen wir einfach, ich bin ihnen früher schon mal begegnet. Gibt's sonst noch was, Weaver? Wenn ich schon mal hier bin? Nein, Mann. Alles gut. Eines Tages will ich die Geschichte aber hören. Eines Tages bestimmt. Vielleicht lieber nicht, Weaver. Man sieht sich. Das ist eine lange Geschichte. So, ich glaub, ich kann noch ein bisschen Schrott gebrauchen. Schrott. Schrotti. Beam me up, Schrotti. Fünf Schrott. Denn, meine liebe Lucille, muss nochmal aufgepeppt werden. Was war hier hinten? Nichts. Okay. Dann wäre das nächste. Ja, da oben könnten noch Horden sein, ne? Könnten, könnte, vielleicht. Ach, guck mal da. Eine Höhle. Eine Höhle. Eine Höhle? Weiter hoch. Wir achten auf die Musik. Ja doch, ich höre was. Ein Hirsch läuft über die Straße. Vor zwei Jahren wäre der platt gemäßt worden. Da sitzt einer. Und kackt. Ach, der hat den Hirsch platt gemacht. Na gut, nehm ich ihn mit. Oh. Errungenschaft. Der Geist von Fowel. Lassen Sie mich raten. Ein Job für mich, ne? Ich kann, äh, ich kann gerade nichts versprechen. Kann gerade nicht. Muss gerade hier. Oh, das sind viele. Brennt. Oh. Schüttel. Das sind viele. Mehr als ich dachte. Warte. Doch, doch. Oh, das war knapp. Aber ich komme wieder. Heilige Scheiße. Da brauche ich doch gleich noch mal Munition hier. Ja, ein paar sind da noch. Die sind aber auch schnell. Oh, da geht es nicht weiter. Hier kommen sie nicht her. Ha! Verfolgen sie mich immer noch? Gibt es noch scheiß Vögel? Das ist nicht ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Shit. Ja. Da oben. Komm, machen wir das eben weg. Aber mit dem Kleinen. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Okay, Nest zerstört. Sehr schön. Das ist nur wenigstens wo die Horde ist, ne? Gar nicht zur Horde. Da steht doch was. Das war dieses Camp, oder? Ach, das war das Ripper Camp. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich muss mich mal positionieren. Einen Traktor habe ich noch. Einen einzigen. Wie viele sind das denn? Tiger. Das ist eine verdammt große Horde. Hier rennt ja so einiges rum. Ist der tot? Die Horde müssen wir doch erledigen. Was ist das für ein Camp? Ja, vielleicht ein bisschen. So, das war mal ein guter Fluchtweg. Ich brauche noch Sachen für den Attraktor. Oh, guck mal hier. Kann sein, dass die auch in den Zügen hausen. Landgranate. Keine Ahnung, ob das was bringt. Nichts. Ja, siehmet. Oh! Oh! Wo? Hmm! Oh! 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 Ah! Ja! Ja! Oh! Oh! Ich glaube, wir sind noch ein bisschen besser. Alter, was eine Arbeit. Das war erst mal Munne. Zack. Von mir ist jetzt nichts Gutes drin. Oh, das ist übel. Da hattet ihr ja ein richtig schönes Nest hier, ne? Ein richtig schönes Nest. Oh, schön Leichensäcke hier. Wunderbar. Ah, da gibt's... Ach, okay. Ich hätte hier auch hier hochjagen können. Seit wann gab's denn hier so eine Nero-Station? Waren wir hier schon mal? Hä? Schnauze. Wahrscheinlich war ich schon mal hier drin. Ey, aber hier könnte so ein guter Typ rumliegen. Und wir haben Sprit hier. Und noch mehr Munition. Hey, muss ich schon mal gewesen sein. Okay. Hier. Nicht schön viel rum. Was ist da drin? Okay, nichts Besonderes. Stellen wir mal eben hier wieder her. Okay, alles wieder hergestellt. Das ist aber schön hier mit der Brücke. Da hinten liegt einer. Ja, mehrere. Kommt das denn mal mit? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon drin war. Kein Strom. Ach, scheiße. Kein Strom. Da war ich hier noch gar nicht drin, oder was? Okay, wo ist der Generator? Das da? Na, hier unten wird er nicht sein. Es wird Nacht. Guck mal. Generator. Da riecht doch so einiges rum, ne? Ich guck mal bei den Typen an der Brücke. Ich meine, da wird kein Generator stehen. Aber dann holen wir schon mal das Bike. Das steht da hinten. Ach, Ausdauer. Ausdauer. Ja, ja. Ja, ja. So, dann können wir auch schon mal speichern hier. Okay. Na gut, hätte noch gereicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Da liegen nämlich welche. Da oben liegt auch noch einer. Aber auch den können wir nicht durchsuchen. Was ist hier passiert? Können wir alle nicht durchsuchen. Oh, Polizeiauto. Aber wir haben jetzt gerade genug Munition. Na, dann muss ja der Stromgenerator irgendwo da oben sein. Was ist da? Nichts. Enttäuschend. So. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie drüber oder so, ne? Habe ich denn hier rein? Nicht aufzukriegen. Von hinten wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich Idioten natürlich den Benzinkanister weggeschmissen. Haha. Ich dachte, hier liegen noch welche. Warte mal. Können wir hier... Die schon mal wegknallen. Da oben hängt auch einer. Da ist noch einer. Da, da, da und da. Da ist noch einer. Ist das keiner, den wir hier... Anscheinend nicht. Geht da nicht hin? Ach, guck mal. Hier wird ja wahrscheinlich auch der Generator irgendwo sein, oder? Ah, guck mal hier. Den können wir durchsuchen. Schrott. Ernsthaft. Was ist das? Bierflasche. Aber da liegt doch gar nichts. So, machen wir die schon mal ab. Ach, da ist der Generator. Da in der Ecke steht er. Okay. Dann brauche ich jetzt doch nur noch den... Kann ist da. Den ich Idiot da oben irgendwo hingeschmissen habe. Da muss er liegen. Schaui in der Nacht. Seht sich den Sternenhimmel an. Aber dann muss doch hier nur noch irgendwo einer rumliegen. Wo wir das Teil für die Nero-Waffe bauen können. Hier fehlt eine Sicherung. Vielleicht ist es aber auch immer drin. Ich weiß es nicht. Was war hier? Ich weiß gar nicht, wie man hier. Ah, oder einfach so. So. Ja. Jetzt sind wir im Geschäft. Okay. Ja. Endlich. Okay. Was haben wir denn so? Oh, ein Mikro-Rekorder. Ja, ja. Es kommen immer mehr. Und mehr. Einen Jektor. Die haben wir wirklich alles. Gut. Scheiße. Der Generator. Kein Streitstoff mehr. Es gibt kein Strom. Kein Strom. Strom. Scheiße. Scheiße. Hört sich. Du weißt es nicht. Die Türen. Wir haben. Sie sind mit dem Notstrom verbunden. Wir haben. Wir können sie nicht mehr. Scheiße. Was sollen wir machen? Ich weiß es nicht. Ich. Ich zuerst. Du. Zuerst. Ich. Ich kann es nicht. Gott, hilf uns. Schön, dass die ihren Tod noch aufgenommen haben. Gott verdammt, was für ein Abgang. Ihr hättet das einfach tun sollen. So, aber wo finden wir denn hier jetzt... ...das Teil für die Waffe, was wir brauchen. Oder habe ich es schon gefunden? Sechs. Sechs habe ich. Also irgendwo müsste es die noch rumliegen. Wenn denn Theorie stimmt. Aber da hier unten nur so ein Toter rumliegt, hätte ich gedacht, da ist das Richtige. Aber vielleicht dann doch woanders. Wollen wir erst mal ein bisschen Schrott. Oh, ein Airbag gibt es auch. Alles klar. Das wäre nur noch mehr Schrott. Ach, da ist auch noch Benzin. Oh, sowas. Das ist noch einer rumrennen. Da unten. Das fetzt ihn in den Arm weg. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß echt nicht, ob wir diese... ...ob wir diese Nero-Waffe überhaupt jemals bauen können. Weil ich... Ich habe keine Ahnung, wo die Teile liegen könnten. Ich dachte, sie liegen immer bei den Nero-Stationen irgendwo. Bei diesen Soldaten, aber scheinbar auch nicht bei allen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, ich speichere mal. Ich glaube, die Zeit ist auch wieder reif. Was haben wir denn noch hier in der Nähe? Wir haben immer noch die Horde. Wir haben eine Tankstelle. Wir haben hier diese dämlichen Nester. Noch eine Horde. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich schon war. Da ist doch eine Nero-Forschungsanlage, wo wir anscheinend noch nicht waren. Kann das sein. Oder ist dann immer so ein X da? Können die noch markieren hier irgendwie? Markierung setzen. Pass auf. Die machen wir jetzt noch, diese Folge. Einfach, weil ich gucken will, ob wir da schon waren. Ach, die geht's nicht her, ey. Oh nein, bitte nicht. Ich hasse die Screamer. Oh oh, da oben eine Höhle. Da sind sie drin. Aber ich habe keinen. Warte mal. Ich kann auch einen Attraktor bauen. Ich speichere. Hey. Du hast deinen Helm verloren, Junge. Oben hängen sie auf jeden Fall rum. Okay, ich habe einen Attraktor. Bin hier aber ziemlich dämlich. Ja, Horde oder Nero-Camp. Ich will nicht wüsste, wie groß die ist, ne? Ich gucke mal, ob ich da irgendwo draufkomme, oben. Ich finde die Horde. Warum ist da was blau? Ich komme da nicht hoch. Aber ich kann im Gebüsch bleiben. Ich kann versuchen, die mit dem Attraktor mal rauszulocken. Warum juckt die das nicht? Jungs. Hä? Die waren doch gerade noch hier drin, oder nicht? Habe ich meinen letzten Scheiß-Attraktor ausgegeben für euch? Oh, eine Bärenfalle. Na, sowas. Ihr macht mich fertig. Huh, da will ich natürlich nicht reinlaufen. Ja gut, dann halt zum Nero-Camp. Das Schicksal hat entschieden. Noch eine Höhle. Noch eine Höhle. Auch diese Höhle ist leer. Wo seid ihr alle? Wo seid ihr alle? Hm. Sind sie wahrscheinlich am Wasserloch, ne? Da unten irgendwo. Oder wo auch immer. Oh, da seid ihr. Oh, seid ihr groß. Heilige Scheiße. Da gab's irgendwo ein Schild. Da. Gentleman-Bandit-Denkmal. Dieser Baum, oder was? So, 600 Meter. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Das soll eigentlich kürzer sein hier, oder? Ach, der Hubschrauber. Ich bin mir sicher, da war ich schon mal. Noch eine Horde. Nein, kein Screamer. Aua. Ich bin jetzt so weit weg hier? Hier war definitiv mal ein Cam. Oh, oh. Nein, sie kommen. Ich bin noch völlig schutzlos hier. Da komme ich jetzt her. Ich will doch nur zu diesem Nero-Camp. Ach, komm, lecken wir einfach. Ah, jetzt haben wir es wieder. Da müssen wir irgendwie hinkommen können. Irgendwie über den Fluss. Hier geht's rüber, oder? Oh. Zurück zur Küste. Ah, ich kann nicht schwimmen. Wo bin ich denn jetzt? Wo wachen wir wieder auf? Ach, an diesem Stein. Okay. Ich würde es damit gut sein lassen. Ja, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ich es weiterspielen soll. Im Moment bockt es gerade wieder. Aber ich denke mal, ich muss für den Channel auch was anderes spielen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.